Und euer Talamo genutzt den Nomen, kurz in der Zeit von der Mulchome. In der Zeit von der Mulchome hat mir, Achawe, meine, Christ, die in der polische Konspiration, durch den Aufstand von Treblinka, geschafft, ein Dokument mit dem Nomen Romanowski. Willst du mir das weisen? Das ist ein Dokument, und so lange, wie ich bin gewesen in Polen, so lange, ob ich das Dokument genieße als Romanowski. Nach Verlosen in Polen bin ich übrigens nicht zu meinen, richtig genommen, mein Nomen ist Reichmann.